Hey Leute, ich bin's wieder, Rames Amos Jones und heute mache ich einen Unboxing eines fein gesteuerten Bootes. Los geht's. Ok, wie ihr jetzt seht, das fein gesteuerte Boot mit der Verpackung drin. Ich hole die Verpackung raus und zeige ich das fein gesteuerte Boot mit der Feinbehnung, die fein gesteuert ist. Hier erstmal natürlich Kartenzettel sehr wichtig. Und dann die Anleitung auch sehr wichtig, damit man weiß, wie das, was man gekauft hat, mit Anleitung, dass man dadurch weiß, wie das Gerät oder die Sache funktioniert oder sonst was. Hier das fein gesteuerte Boot, die Feinbehnung dazu, Batterien im Lieferumfang enthalten, Feinbehnung und Boot. Und jetzt füge ich die Batterien in der fein gesteuerten Boot rein. Richtig aufmachen, richtig zu machen. Bei der Feinbehnung auch so. Batterien rein. Richtig aufmachen, richtig zu machen. Wie ihr seht, die Feinbehnung funktioniert. Ihr seht das Licht, aber das Boot funktioniert nicht, weil es nicht mit Kontakt im Wasser ist. Da muss man auch knapp anmachen. Und wie ihr seht, funktioniert jetzt noch eine andere Kameraperspektive, da wird es dann viel viel besser seht. Sogar ich. Japp. Funktioniert tatsächlich super cool. Macht auch richtig supergut Spaß. Cool. Okay, das war's. Okay, das war's mit dem Video. Ciao, Bayer. Ciao. Ciao.